Liebe Beschäftigte, liebe Studierende, als uns vor ziemlich genau einem Jahr die ersten Meldungen von einem neuen Virus aus China erreichten, waren wir an der JLU noch mit Viren und Problemen ganz anderer Art befasst. Wir glaubten im Februar 2020, zum Ende der Vorlesungszeit des Wintersemesters, mit JLU Offline eine Krise dramatischen Ausmaßes gerade hinter uns gelassen zu haben. Und wir freuten uns auf einen normalen Uni-Alltag. Heute geht wieder eine Vorlesungszeit zu Ende und wir müssen uns mühsam ins Gedächtnis rufen, was normal eigentlich ist. Normal bedeutet für Lehrende und Forschende, in Vorlesungen und Seminaren mit Menschen zu sprechen, statt mit Rechtecken auf einem Monitor, sich mit Kolleginnen und Kollegen bei einer Tasse Kaffee über aktuelle Forschungsprojekte auszutauschen, auf Tagungen und Netzwerke zu knüpfen, sich intensiv mit Dissertation und Habilitation beschäftigen zu können. Und das ohne nebenbei Kinder zu betreuen oder sich mit noch unsichereren Zukunftsaussichten als ohnehin schon plagen zu müssen. Für unsere Beschäftigten im administrativ-technischen Bereich ist Normalität ein enger und kooperativer Austausch innerhalb des Teams, häufige Besprechungen, kurze Treffen in der Teeküche, die gemeinsame Mittagspause. Und ein normales Studium? Zu dieser prägenden Lebensphase gehören nicht nur die Inhalte des jeweiligen Studienfachs. Normalität bedeutet für Studierende auch, eine neue Stadt entdecken, WG-Partys feiern, Kneipen besuchen, sich zwischen den Lehrveranstaltungen auf dem Campus über die Lehrenden, den Stoff, die letzte Vorlesung oder auch das Mensaessen auszutauschen, Freundschaften fürs Leben schließen, den eigenen Platz in der Gesellschaft finden. Das meiste von all dem war im vergangenen Jahr kaum oder nur sehr eingeschränkt möglich. Der Mangel an sozialem Miteinander geht an die Substanz bei jeder und jedem von uns. Zwar ist und war die Fortsetzung von Lehre und Forschung auch in der Corona-Pandemie möglich. Zwar lässt sich vieles, was wir im Moment vermissen, in die digitale Welt übertragen, doch machen wir uns nichts vor. Die Justus-Liebig-Universität, die wir kennen und lieben, werden wir erst wieder sein, wenn unsere Campusbereiche wieder belebt sind, wenn wir unsere Türen wieder öffnen können, wenn sich Hörsäle und Mensen wieder füllen. Wann das der Fall sein wird, wissen wir noch nicht. Die üblichen Durchhalteparolen, die wir zur Genüge kennen, möchte ich Ihnen an dieser Stelle ersparen. Stattdessen will ich Ihnen von Herzen danken. Sie alle haben im letzten Jahr Unglaubliches geleistet. Sie haben auf soziale Kontakte verzichtet, Sie haben Kinderbetreuung und Beruf vereinbart, Sie haben unter schwierigsten Bedingungen gelehrt und geforscht. Sie haben, je nach Aufgabenbereich, in unseren Werkstätten, Laboren und Liegenschaften die Stellung, ja den Laden am Laufen gehalten. Sie haben bei allen Widrigkeiten Ihre wissenschaftlichen Qualifikationsziele nicht aus den Augen verloren. Sie haben sich die Begeisterung für Ihre Forschungsprojekte erhalten. Sie haben sich als Studierende auf sich gestellt vor dem heimischen PC immer wieder selbst motiviert, um trotz allem weiter zu studieren. Die gute Nachricht am Ende eines jeden Wintersemesters ist die Hoffnung auf den Frühling. Das gilt insbesondere in diesem Jahr nach einem langen und für uns alle überaus kräftezehrenden Winter. Früher oder später wird die Normalität an die JLU zurückkehren. Darauf freue ich mich schon jetzt. Ich wünsche insbesondere den Studierenden viel Glück und Erfolg für die anstehende Prüfungsphase und Ihnen allen, dass Sie zuversichtlich und vor allem gesund bleiben.